Und es geht weiter bei Let's Play Torn Formals, der Untergang von Cybertron. Ich bin es, euer MC Muffix. Im letzten Part haben wir uns weiter durch die Überreste dieser ehemaligen Energon-Fabrik gekämpft, wo glücklicherweise doch Energon noch produziert wird. Ja, und hier ist dazu noch Grimlock, den wir auch suchen wollen. Und gerade müssen wir uns mit einer Bombe hier vorkämpfen, damit wir weiterkommen. Das ist hacke, hacke schwer. Ich habe jetzt fünf Versuche gebraucht, aber ich hoffe, ich könnte es jetzt endlich schaffen. Ja, ich mache doch. Schnell. Ich habe mir jetzt alle Kacke abgeschafft, habe mir so ein Kack-Schild davor gestellt, damit da keiner hingeht. Und ich habe mir so eine coole Drohne, die hier rumfliegt. Okay, oh, endlich. Jetzt kommt der Penner. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich immer noch Grimlock finden. Und jetzt spielen wir wahrscheinlich Jazz. Gib an. Gib an. Jazz, bist du okay? Ja, nicht immer. Was hast du gesehen? A lot of junk, but I can grapple through it pretty easy. Einhaken, okay. Cool. Hold on, hold on. The signal is really strong now. It might belong to Sludge. Sludge? Wasn't he on Grimlock's team? Why would he be down there? Not sure if he had a choice. Why? Call it a hunch. Cliffjumper. I found Sludge. Was he functional? He's pretty messed up. In a stasis lock. Might be enough energon left to tap his memory, Korn. Bingo! Stop your whining, Sludge. Those things took us by surprise. Grimlock, we need to call for backup. There is no backup slug. Optimus doesn't even know we're here. They're back. They're coming in fast. There's too many of them. Stand and fight. Sludge! Cliffjumper, you catch any of that? You mean the screaming? The horror? Followed by more screaming? Uh, yeah, that'll be it. I don't mind saying, whatever can take out Grimlock and his team, I don't want to meet. Uh, that's unfortunate. Why is that? I think I'm about to. Oh, Dafuq, was sind das für Heimis? Was zur Hölle sind das für Viecher? They're everywhere. And they are ugly. Keep on them, Jazz. Easy for you to say. Du wolltest ja runter. Jetzt hast es. Ich wollte da nicht runter. Okay. Na geil. Das glaube ich auch. Oh mein Gott, sind das viele. Und warum ist diese Kacktür zu? Und ne, natürlich wieder nach. Boah. Jazz, don't be a fool. Remember what they did to Grimlock? I know, but I need an exit. Just what I was looking for. Was im Tank? Wait. This could be my ticket out of here. It blasted already and move it! Woller da drauf! War keine so gute Idee. Das war echt keine so gute Idee hier. Ja, selbst die Spinnen wollen abhauen. Au. Au. Oh, cool. Keine Texturen. Ich muss ihn abhauen. Nein, nein, nein. Was zur Hölle? Bin ich tot? Ja, ich kann mich nicht mehr zurückverwandeln. Mein Gott. Ja, ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Ja, ey, gerade sind wir selbst hier ein bisschen. In Trouble. Weg da. Ja, na. Geil. In die Pumpe. Ja, super, super. Hä? Ach so. Ja, die Zeit ist mir wahrscheinlich abgelaufen. Okay, geil. Okay, jetzt Concentration. Concentration. Weg da, Drex. Weg. Boah, was kommt hier für eine geile Musik eigentlich? Aktenpunkt. Ziehen. Und oben. Cliff! Ja, ich bin trapped. Ich bin bereit, Cliff. Ich bin bereit, Cliff. Ey, Mann. Aber schau dich mal das Auto an, denn das ist Jazz nicht verwandt. Schau dich mal das an. Ey, das passt doch zu ihm. So eine richtig Bonzen-Karte hier. Wundert mich kein Stück. Ist da vielleicht Grimlock? Was? Wir werden da hinter das Grimlock. Okay, da waren wir uns. Wir haben noch ein bisschen was. Und wir werden höchstwahrscheinlich irgendwann mehr drauf finden, was genau Aber ob das uns gefallen wird Da bin ich mir nicht so sicher Okay, dann fahren wir mit Nukleon-Gewehr Okay, wenn das Spiel meint Spiel hat mich gerade gezwungen, hier die Waffe zu nehmen Was sind das jetzt wieder für Viecher? Okay, ein Sniper, das ist praktisch Okay 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 Und so wie ich das gesehen habe, lädt sich der Schuss auf Und dann hat er mehr Power Oh Das ist ja ein kleiner Geht gut Okay Komm, komm, lad dich auf, lad dich auf Scheiße Okay, da runter, da runter Okay, ich vertraue mir jetzt einfach mal Wir haben gerade nicht die große Auswahl Schreit nicht immer so Kriegt man fast ein schlechtes Gewissen Au Hey, die kennen uns ja Cool Fünberühmt Äh, Thermo Oh, das gefällt mir Okay, Hebel Huh, that did something Something big You learn anything? Oh, I can make a bridge if I drop that rig But the gears are jammed Figure it out, Sir Rust-A-Lot Hey, show some respect What? I said, sir Scheiße Nein, 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 nein Keine gute Idee So nahe zu kommen Okay, wo war's Okay Wo sind noch welche? Da war noch viel mehr Okay Und sonst sehe ich hier gerade keine Gut, dann kann man weitergehen Näh, von wegen Zielmeister 2.0 Cool Okay, ich nehme jetzt die Waffe Ah Wisst ihr was? Ich schwimme mich da jetzt einfach mal hier rüber Boom Was? Ich habe ihn doch getroffen Wozu, der kam mit der sich anab Okay, okay Bam Ist ja fast ganz leicht wegzau'n Sieh Äh Snipe that chain in your home free That's a tough shot Come on, I could do it Better have to move for a clear shot Ja, ja Ich Ich Auf 5 Euro im echten Leben Ja, okay Echt Leben Es sind alles Autos Aber egal Im echten Leben wäre der Schuss da durchgegangen Alles ist ein Sniper Da kann man da durchschießen Okay Dann da runter Dann Dahin Einfach ignorieren Dass da überall Decepticons sind Das ist gar nicht aber so leicht Wenn sie einen die ganze Zeit an Wie Oh Ey Der hat doch getroffen Ja, hat er Okay Okay, ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Was? Was? Ich hatte doch ein Schild Warum kann der mich mit einem Schuss dann töten? Och Wisst ihr was? Jetzt mache ich es einfach mit dem Wow Hier war geheimnis Ich habe gerade keine einzige Freien Fleck, wo ich stehen kann Da hinten sind welche Ja geil Natürlich Kauen die jetzt ab Okay Also ich muss mich erst um die kümmern Sonst habe ich keine Chance Okay Immerhin fliegen sie Immer so schön, dass ich sie treffen kann Ja Och Komm Das werden ja immer mehr Okay Dann schwingen wir uns hier kurz runter Hä? Soll ich doch Ach verdammt Ich muss das dumme Rad hier noch weg machen Aha Verdammt, 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 verdammt Bam Schnell Äh Okay 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 Da hinten ist wieder Das mache ich gerade Okay Einfach jetzt abhauen Ich habe keinen Bock mehr auf die Äh Ah Hallo Ey, was zur Hölle, verarscht mich das Ey, komm, das ist doch mies Hallo, auf einmal Was zeig ich da mal Ja, ich stehe in der Luft Klar, Mann Kein Kommentar Ich hab's geschafft Das ist das Wichtigste, auch wenn ich in der Luft stand Okay, dann müssen wir jetzt aber erstmal einen ganz kleinen Cup mal wieder machen Und sehen uns dann gleich wieder bei Atronform aus Untergang von Cybertron Bis dann, euer Damcy Muffix, ciao